Ich bin der Beobachter, ich stehe launlos hier ganz oben und bin einfach da. Ich habe nichts zu sagen, ich will kein Urteil geben, ich sehe nur dabei zu, wie die Dinge kommen und gehen. Jede neue Mode lässt mich in völlig... It tastes good. Und selbst der Armstrong hat mich äußerlich nur aufgewühlt. Ich schaue auf euch heran und spüre die Zeit vergehen. Hier oben gibt es welche, die das auch nicht anders sehen.